Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Workshop mit Gedankentuning zum Erfolg. Ja, was habe ich mir eigentlich dabei? Kann ich lauter sprechen? Ja, können Sie mich ein bisschen... Okay, ja, also bitte ruhig mal melden mit Gedankentuning zum Erfolg. Wie bin ich da eigentlich dazu gekommen? Ich bin nun seit 28 Jahren selbstständige Unternehmerin und habe da einige Schlüsselerlebnisse gehabt. Und relativ zu Beginn meiner Selbstständigkeit, da war ich 19 Jahre, habe in Mailand gelebt, habe damals als professionelles Model gearbeitet. Und wie das eben so zu den damaligen Zeiten war, man hatte eine Model-WG gehabt. Also ich hatte einen Roommate, ein Mädchen, die kam aus Amerika, mit der habe ich ein Zimmer geteilt. Und die war wunderschön. Das war so mit das schönste Mädchen, was ich jemals gesehen habe. Und ich war damals zu dem Zeitpunkt schon, wo ich dachte, ach, vielleicht sollte ich mich jetzt zur Visagistin ausbilden lassen. Das habe ich dann auch etwas später gemacht. Mit Anfang 20 habe ich mich in Mailand zum Make-up-Artist ausbilden lassen und hatte dann mit 19 schon so einen ganz gewissen Blick so auf die Schönheiten, auf die Münder und die Augen und die Brauen. Und ich habe dann immer überlegt, was kann man aus so einem Gesicht noch alles machen. Man kann ja aus jedem Gesicht so wirklich was ganz Wundervolles gestalten. Und ich habe dieses Mädchen gesehen, die ja nun mal meine Bettnachbarin war. Und ich habe gesehen, sie kommt und sie hat ein ganz tolles Book. Ein Book ist eine Präsentationsmappe, wo eben alle Editorials, alle internationalen Veröffentlichungen zu sehen waren. Und die hat also schon ganz tolle Veröffentlichungen gehabt. Und ich wusste, die wird in Mailand ein Star. Also das ist ein Mädchen, die kann es wirklich schaffen, weil es gibt da natürlich in Mailand wahnsinnig viele schöne Frauen. Und sich dazu behaupten, das ist schon mal eine Nummer. So und eines Tages, sie hatte eigentlich einen Job gehabt, sie sollte also arbeiten gehen, war sie nicht dazu in der Lage. Sie war in einer vollkommen depressiven Verfassung, hat geweint, sah dann natürlich auch irgendwann nicht mehr so gut aus. Und ich habe einfach gesehen, sie war fix und fertig, also von ihrer ganzen Körperhaltung, von ihrem Aussehen, die ganze Energie, die war einfach weg. Und ich habe mich dann so gefragt, wie kann das denn sein, dass so jemand Schönes so unglücklich ist. Und ich konnte ihr damals leider noch nicht helfen, weil ich noch nicht über dieses Wissen verfügt hatte, wie jetzt heute. Und ich bin mit ihr ins Gespräch gegangen und dann hat sie gesagt, ich fühle mich so hässlich, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Und hat sich sehr schlecht gemacht. Und dann wusste ich, so wie sie denkt, das fühlt sie in dem Moment. Und so kann sie überhaupt nicht erfolgreich werden. Und diese Schlüsselerlebnisse, das war jetzt nur eins, das habe ich ganz häufig und vielleicht gehen sie jetzt in Zukunft auch durch den Alltag mal mit anderen Augen. Ich habe zwei Kinder, ein Kind davon, der macht Leistungssport, Tennis. Und wenn ich meinen Sohn zu einem Turnier begleite, ist es auch manchmal so, dass junge Männer auf einem Platz stehen. Die haben jahrelang trainiert, die sind richtig gut und es ist wirklich eine Freude, den Jungs zuzugucken beim Spiel. Und dann gibt es Jungs, die machen sich verbal selbst fertig. Ich weiß nicht, ob sie sich das vorstellen können. Vielleicht gibt es ja Bereiche, wo sie sowas auch mal erlebt haben, wo ihnen aufgefallen ist, wie redet der denn jetzt gerade über sich. Und so kann das sein, dass eben einer ein Tennis-Spiel macht, er weiß jetzt, will er diese Punkte haben, er will jetzt quasi den Big Point erzielen und sagt, ach ich Idiot, ja, renn doch schneller zum Netz oder so in der Art. Und mit dieser Einstellung, mit diesen Gedanken wird das einfach nichts. Und wie jemand denkt, das kann man einmal sehen und man kann das hören. Also hören, einfach durch das Wort, weil das Wort ist der ausgesprochene Gedanke. Das heißt, wenn jemand schlecht über sich spricht, der denkt auch schlecht über sich. Und wer schlecht über sich selbst denkt, ja, wie soll derjenige wirklich erfolgreich werden? Denn er glaubt ja vermutlich gar nicht an sich. Und wenn er nicht an sich glaubt oder sie glaubt nicht an sich, wie sollen denn andere dann an sie glauben? Das kann ja so überhaupt nicht funktionieren. Also dieses Thema begleitet mich schon sehr, sehr, sehr lange. Und so bin ich eben zu dem Thema des Workshops gekommen mit Gedanken-Tuning zum Erfolg. Eigentlich ist es gar kein Workshop. Es ist ein Tagesseminar. Und ich versuche jetzt das, was ich in einem Tag mache, so ein bisschen zu komprimieren, dass sie einfach mal so einen kleinen Eindruck und so einen Ausflug in die Sache bekommen. Und Tuning, was bedeutet das eigentlich? Also Tuning kommt von Tune, das ist Englisch. Und bedeutet eigentlich, etwas einzustellen oder zu stimulieren, zu harmonisieren wie ein Musikinstrument. Das muss ja auch nochmal wieder eingestimmt werden. Und der Tuner ist ein Empfangsteil, wie in jedem Radio oder auch in einem Fernsehgerät. Nun, da gibt es also ein Tuner, dieser Empfangsteil. Und ich dachte dann irgendwann, das wäre doch total toll, wenn wir uns darauf einschließen und tunen könnten. Also im Grunde unseren Verstand tunen könnten zum Erfolg. Das ist die Idee. Ja, aber was ist denn Erfolg überhaupt? Jetzt würde mich das total interessieren. Wer hat denn so ein Gefühl oder so ganz spontan, was ist denn Erfolg für Sie jetzt beispielsweise? Wenn ich ein Ziel gesetzt habe und es geht auch erreichend. Genau, da waren Sie erfolgreich. Was ist noch Erfolg? Ich muss zufrieden. Jawohl, genau, auch ein Erfolg. Ich kann dir auch was machen, dem wir Spaß machen. Ja. Ich kann dir noch reden. Zufriedenheit, ja, auch das ist Erfolg. Ja, ich kann dir auch ein Erfolg. Ja, Glück. Ja. Und da sein zu wollen, wo man sein will. Sehr gut. Also ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, davon bin ich überzeugt, Erfolg ist für jeden etwas anderes. Je nachdem, in welcher Situation wir uns gerade befinden und welche Ziele wir uns vielleicht auch gerade gesteckt haben im Moment. Und ich habe Ihnen jetzt mal einen Lebensrat mitgebracht, das könnte man jetzt noch ein bisschen stärker aufteilen. Das ist jetzt ein Lebensrat, das beinhaltet die Felder für die Bereiche, die uns wirklich vereinnahmen. Das heißt, einmal haben wir den Beruf, unseren Job, unsere Karriere. Dann haben wir den Bereich Partnerschaft und Beziehungen, Gesundheit und Fitness und unseren Selbstausdruck. Selbstausdruck ist das, womit wir uns wirklich identifizieren. Selbstausdruck, das hat auch was mit Wachstum zu tun, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe dann irgendwann mal überlegt, eigentlich kann man das auch messen. Also so eine kleine, so eine Art, so eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich denn im Moment? Und es kann ja jeder mal ganz kurz in sich gehen und die Augen schließen, weil wir sind ja bei einem Workshop. Workshop heißt ja nicht, einer arbeitet und die anderen shoppen. Sondern es geht ja darum, dass wir so ein bisschen was machen. Also ich würde mich freuen, wenn Sie sich einfach darauf einlassen würden, dass die Füße mal kurz Bodenberührung haben, dass Sie die Augen mal kurz schließen, mal tief durchatmen in den Bauch. Genau. Und dann gehen Sie mal ganz kurz in sich und wenn Sie überlegen, das Thema Beruf, Job, Karriere auf einer Skala von 1 bis 10. 10 heißt 100 Prozent, alles ist im grünen Bereich, alles ist super, alles ist top. Und 1 bedeutet eigentlich, ja da ist noch ein bisschen was machbar. Wo stehen Sie im Moment auf einer Skala von 1 bis 10? In diesem Feld Beruf und Karriere. Und bei dem einen oder anderen kommt höchstwahrscheinlich aus dem tiefsten Inneren eine Zahl. Nehmen Sie die einfach mal hin und dann gehen wir zu dem nächsten Feld, Partnerschaft und Beziehung. Nehmen Sie noch mal einen tiefen Atemzug. Wo stehen Sie heute im Bereich Partnerschaft und Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10? Darf da noch ein bisschen daran gearbeitet werden oder ist alles im grünen Bereich? Und dann das nächste Feld, Gesundheit und Fitness. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo befinden Sie sich persönlich? Und dann das Feld, Selbstausdruck, Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum auf einer Skala von 1 bis 10. Wo befinden Sie sich da gerade? Ja, dann kommen Sie wieder hier bei mir an. Ich finde es ganz interessant, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich mache das mehrmals im Jahr. Ich finde es ganz wichtig, um einfach zu schauen, wenn wir so in unserem Elan sind. Manchmal vergessen wir das, dass es da noch andere Bereiche gibt. Das heißt, habe ich mir zum Beispiel berufliche Ziele gesteckt. Das mache ich natürlich immer wieder als selbstständige Unternehmerin, das ist klar. Aber was ist denn dann mit diesen anderen Bereichen? Die darf ich nicht vergessen. Und manch einer von uns hat vielleicht sogar die Einstellung, ich muss mich entscheiden. Also entweder Karriere oder Partnerschaft oder Familie. Oder zum Beispiel, entweder ich mache Karriere oder ich bin richtig gesund und fit. Oder entweder ich kümmere mich um meine Partnerschaft oder um meine persönliche Entwicklung. Und ich denke, dass dieses Denken sollte einfach nochmal überdacht werden. Denn das Leben besteht ja nicht aus Schwarz oder Weiß. Es gibt ja auch diese Grauzonen. Und ich denke, man kann es sehr gut miteinander verknüpfen. Es geht einfach darum, sich Ziele zu setzen. Ja, aber trotz allem auch das andere, was uns wirklich wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Also immer wieder Freiräume einplanen. So, als wäre das ein ganz wichtiger Termin. Ich rede da von Qualitätszeiten beispielsweise. Denn wer hier gesund und richtig fit ist, der kann hier natürlich auch ganz Tolles leisten. Ja, also man kann das sehr gut miteinander kombinieren. Ich habe Ihnen nun noch einen Schicksalsrat mitgebracht. Das Schicksalsrat bedeutet, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, achte auf deine Gedanken, denn die Gedanken werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn die Worte, die werden zu Gefühlen. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie bestimmen dein Schicksal. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, das kommt aus dem Talmud. Und ich finde das ganz toll, weil wenn wir in dem vorderen Rad sehen, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade, wo drehe ich denn da am Rad, wo möchte ich denn ganz gerne auf meiner Skala noch ein bisschen weiter nach oben gehen, bräuchten wir eigentlich nur, erst mal nach unserem Gefühl zu achten. Also das ist immer so die erste Bestandsaufnahme. Was für ein Gefühl habe ich denn zu der Sache? Was für ein Gefühl habe ich denn zu meinem Job? Und dementsprechend, wenn ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt gerade nicht so wohl, fühle ich mich nicht so wohl, habe ich höchstwahrscheinlich Gedanken, die das mit verursachen, dass ich in dieses Gefühl komme. Also das gehört ganz, das ist ganz eng miteinander verknüpft, der Gedanke und das Gefühl. Aber der Ursprung ist letztendlich unsere Einstellung. Das heißt, geht uns etwas sehr schwer von der Hand und das ist wirklich sehr schleppend. Dann sollten wir mit den Veränderungen im Inneren beginnen und nicht im Äußeren. Also dann noch ein größeres Rad drehen und noch schneller rennen. Das ist nicht die Lösung, sondern wirklich mal innehalten und erst mal schauen, welche Einstellung habe ich dazu. Welche Einstellung könnte ich annehmen, damit es mir leichter fällt? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das wäre eine Variante. Ja, und das Leben ist schön. Die Veränderungen, die finden stets im Inneren statt. Nur die wenigsten Leute sind sich dessen tatsächlich bewusst. Und wenn wir jetzt unser Unterbewusstsein mal uns so vorstellen, dann hat das die Größe von einem Fußballfeld. Also das ist jetzt mal unser Unterbewusstsein. Und unser Bewusstsein, also unser Verstand, der glaubt, der ist immer so clever. Das ist unser Bewusstsein, hat die Größe eines Tischtennisballs. Also stellt sich das einfach mal vor, so ein riesen Fußballfeld. Und auf diesem Fußballfeld, das alles ist unser Unterbewusstsein. Und da liegt ein Tischtennisball. Und das ist also unser Bewusstsein. So, und jetzt ist die Frage, wenn 95% all unserer Handlungen aus dem Unterbewusstsein entstehen. 95% aller Handlungen, das ist ja schon irre. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere von Ihnen. Also ich bin ja Holistiktrainerin und habe verschiedene Konzepte. Konzepte, alles was mit ganzheitlicher Schönheit und ganzheitlicher Gesundheit zu tun hat. Deshalb habe ich draußen auch einen Stand für die Stoffwechselkur. Das heißt, ich kenne mich natürlich mit diesem Thema Ernährung, Diäten und so doch sehr, sehr gut aus. Und immer wieder habe ich erfahren, es gibt dieses, dass wir uns ganz bewusst für etwas entscheiden. Zum Beispiel, ich möchte keine Schokolade mehr essen, weil Schokolade macht dick und ich weiß das und überhaupt. Aber unser Unterbewusstsein steuert uns direkt zum Kühlschrank. Wir machen die Tür auf und da liegt sie. Ja, und dann kann das Bewusstsein toben und sagen, das existiert dann in dem Moment gar nicht, weil das Unterbewusstsein hat die Führung übernommen. Und so ist das in allen anderen Bereichen auch. Ja, also dieses Thema Schokolade ist ja jetzt nur ein Beispiel aus diesem Ressort Gesundheit und Fitness. Aber so ist es auch in dem Bereich Partnerschaft und so ist es auch im Bereich Beruf, Karriere und auch im Bereich Selbstausdruck. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt denn das alles? Wir begreifen unser Leben durch unsere Sinne. Also das heißt, alles, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken, was wir riechen, was wir spüren können seit unserer Existenz im Grunde, erfahren wir so unsere Welt. Und jeder kreiert seine eigene Welt, weil diese Sinneskanäle sind auch unterschiedlich entwickelt oder ausgeprägt, sag ich mal. Da gibt es zum Beispiel Leute, die können unglaublich gut riechen. Ich bin zum Beispiel so jemand. Ich bin jemand, ich komme irgendwo rein und denke gleich, hier riecht es aber jetzt irgendwie komisch. Deshalb mag ich das auch, wenn die Fenster geöffnet sind. Andere, die hören wahnsinnig gut. Ich höre nicht so gut, ich rieche besser. Und so hat jeder seine anderen Kanäle. Das heißt, wir kreieren jeder seine eigene Welt auf seine Art und Weise. Und wie können wir dieses Spiel mit dem Unterbewusstsein und Bewusstsein verändern? Einmal in der Form, dass wir unser Bewusstsein, unseren Verstand mit entsprechender Nahrung füttern. Das ist eine Möglichkeit. So wie machen wir das? Dass wir einfach dafür sorgen, dass wir genau das sehen und das hören und das riechen und das schmecken und das fühlen, was unserem Ziel oder unserem Erfolg entspricht. Das könnte ein Schlüssel sein. Könnte sein. Also das heißt, ich habe einen Zugang auch auf mein Unterbewusstsein, zum Beispiel durch verschiedene Techniken. Hypnose beispielsweise. Also bei meinen Tagesseminaren, dann mache ich immer wieder mal eine Trance. Ich weiß, es gibt Leute, die kriegen da furchtbar Angst. Heute können sich absolut entspannen, es passiert ihnen nichts. Aber Ängste haben wir ja meistens dann, wenn uns Wissen fehlt. Also bei einer Hypnose wird niemand manipuliert oder hilflos ausgeliefert oder so. Wir sind immer noch ganz, ganz klar im Kopf. Es gibt eine Sofortmaßnahme, die immer hilft. Eine Sofortmaßnahme, wo ich total schnell in die Entspannung und zur Ruhe kommen kann. Auch wenn es im Außen ganz wild und stressig ist. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Über die Atmung. Genau. Und ich habe es überlegt, heute war es ja vielleicht schon für den einen oder anderen stressig, hierher zu kommen. Und man rennt schon ein bisschen hin und her und man redet ja ganz viel. Und ich möchte ganz gerne Sie einladen, eine kleine Atemrunde einfach mitzumachen. Ich bin ja unter anderem noch Yoga-Lehrerin. Und da gibt es ganz viele Atemübungen. Die werde ich jetzt nicht alle mit Ihnen praktizieren. Ich möchte einfach nur, dass Sie sich mal voll und ganz entspannen und kann jeder von Ihnen, wenn Sie die Hände frei haben, sich mit den Armen überkreuzt an die Schulter kommen. Nur wenn es geht. Okay. Sie können. Also es funktioniert so. Genau. Wunderbar. Dann lassen Sie die Arme noch mal runter. Das brauchen wir jetzt gleich. Füße haben Kontakt zum Fußboden. Ihre Augen sind bitte geschlossen. Setzen Sie sich, wenn möglich, aufrecht auf Ihren Stuhl, dass die Wirbelsäule gerade ist. Und schließen Sie einfach mal die Augen. Ja. Und jetzt bleiben Sie einfach mal ganz bei sich in Ihrem Inneren und atmen mal tief ein. Ja. Und tief wieder ausatmen. Und jetzt versuchen Sie doch mal beim nächsten Einatmen, dass Ihr Sauerstoff auch direkt in Ihren Bauch kommt. Das heißt, wenn Sie einatmen, dann geht der Bauch nach außen. Und wenn Sie ausatmen, senkt sich der Bauch wieder. Wer mag, kann die Hände auch ruhig mal auf den Bauch legen. Und mal vielleicht so vier Sekunden einatmen. Ganz tief in den Bauch einatmen. Und in Ihrem Tempo dann wieder vier Sekunden ausatmen. Und machen Sie das mal ganz bewusst. Und lassen Sie sich nicht ablenken durch irgendwelche Nebengeräusche. Oder durch das Atmen Ihrer Nachbarin. Bleiben Sie mal ganz bei sich. Und atmen mal tief in den Bauch ein. In und wieder aus. Sehr gut. Und jetzt nehmen Sie mal die Arme über Kreuz, sodass die Hände Kontakt zu Ihren Schultern haben. Und klopfen Sie sich mal mit links und rechts abwechselnd. In einem ruhigen Tempo. Und atmen dabei noch ganz tief in den Bauch. Und während der Verstand vielleicht denkt, was machen wir da eigentlich, können Sie jetzt einfach mal behaupten, die Welt ist schön. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Vielen Dank.